Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem Beitrag von SCB. Ja. Das ist schon ein Gang, oder? Scheiße. Ach, das ist unser legendäres... Fuck! Fuck! Das ist für so richtig geil. So was leben die Leute halt. Mann, ey. Saura-Spiele sind geil, weil du willst die gar nicht zacken, aber du weißt, dass sie so ist. Ich dachte jetzt wäre schon Ende, ich wollte schon lachen. Ey, im Ernst, Junge, wenn jetzt Ende gewesen wäre, hätte ich mich totgelacht. Weißt du, so drei Sekunden und dann so Ende. Dürfte übrigens nicht zu schnell gehen, sonst krass. Mann! Scheiß Sprachnachricht, ey. Weißt du, auf einmal so... Ja, vor allem ist es ganz in die Gesicht. Ich rieche noch einmal nicht. Junge, das war gerade so unheimlich. Ne, ich schwöre. Das Spiel lag nicht. Nein, es läuft total flüssig. Das sieht man hier mal wieder. Ich schwöre. Kannst du vielleicht mir mal Ballstand leisten? Das Spiel ist verdammt unheimlich. Alleine will ich das nicht spielen. Hallo? Alle haben Slavenschüsse. Ja, da haben Arnie. Warte mal, dieses Monster, was da vorkommt, ist das vielleicht Zequilla? Ist das vielleicht Zequilla? Ist das Zequilla? Schau mir das Faze an. Der ist wegen Ähnlichkeit. Ja? Warte mal! Was ist das? Was ist das? Was ist das Dorf? Was ist das? Ich fico eine Mutter. Wenn du keine Vorteile sie aufhören, mir ewig irgendwelche Nachrichten zu geben. Ich weiß immer, geht das Funkgerät an. Das ist das Face, ja genau. Das was du gerade auf Google suchst. Das ist das Face, was wir aufhören. das ist wahrscheinlich wieder mit dem Fakt beenden Fuck! Das hab ich nicht geile, welches Spiel hätte ich bisher gefunden Fuck! Was? Ne, das beenden wir noch nicht. Da war auf einmal so im Dunkeln. Das war auf einmal so. Die Maske gekommen ganz kurz. Irgendwie das ist unheimlich, das Spiel. Oh, Junge. Das Spiel ist aber geil, Alter, ich schon. Das ist so übertrieben geil. Du bist die Eniose, wenn du teilweise die Vorsitzung kenn ich dir. Man hört verschiedene Ziele, Steine. Bedeutet das, dass Ali Bengali Sambrak? Guck mal hier rüber. Merk fällig aus dem Turm. Tschüss, Schmerzen. Glockenspiel kurz. Wenn der kurz vor dem ist. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so ist. Doch, ich knallfe gerade die Augen zu. Aber dieses Face am Anfang sind einfach richtig geil, oder? Ja. Aber ich kann meine Augen gar nicht richtig beschlossen halten. Mann! Ich bitte die Sprachnachricht! Oh! Was denn? Der wurde in der Sprachnachricht umgebracht von dem Vieh. Was? Das ist sehr positiv, muss ich sagen. Jetzt kommt keine Sprachnachricht mehr. Feiern! Gebt der Faust! Was? Was hat denn gewesen? Der hat eine Sprachnachricht gemacht und dieses Vieh hat den umgebracht, das hat man gehört. Gronkh hat das Spiel auch schon gemacht. Was ist das? Der Fug, ich gucke gerade weg von dem Viehchen. Was? Der Fug, ich gucke einfach weg. Der Karik ist ein mega Armer hier bei mir. Ich höre ein schweres Armer. Ich bin der Fug, ich bin der Fug nicht bei mir. Aber ich habe ihn überrascht. Ich bin der Fug nicht dabei. Ich bin der Fug nicht dabei. Ich habe ihn zwei. Ich bin dabei. Ich bin dran. da ist er, oder? oh ne, jetzt ist nicht der ist der nicht hier ist der Käse anders aus oh, der ist 13, alter 13 ich bin auch schon von 13, d.h. in amerikanischen Spielen nie was kommt das sieht für mich ein bisschen so aus, oder? aber, der sieht bisschen aus wie Jeff the Killer ich leg dem Controller weg, wenn keiner macht, ach, die Kopfhörer weg so, dann ist das Spiel schon mal wesentlich angenehmer hier könnte man echt schon drin wohnen ich will zweistens jetzt mal her, mach mir Probleme mal aus ohne Kopfhörer ist das so, wenn die Augen sind wir machen es dann so, du machst die Augen zu und wir rennen einfach durch die GmbH und jedes Mal wenn wir in die Wald knallen Und ich gebe dir jetzt mal eine Entwarnung, wenn das Vieh nicht kommt. Okay. Eins, zwei, drei. Okay. Boah, hier gibt es mehrere ab. Zwei. Nicht der langes Zack ist. Wie ist das so geil? Nein, einfach durch. Nein. Na fuuuh, nein. Weiter geht's. Nein. Du musstest aus dem Nein sagen, da ist der Vieh direkt davor. Ich würde schreien. Wir müssen uns verarschen, das ist extrem kacke. Verarschen muss gerade gegenseitig. Das wäre doch nicht, aber noch nicht. Ich will doch noch nicht. Nein, hier geben sie jetzt 18. Alter, nee, machen wir wieder normal. Ich habe zu viel Schiss. Alter, warum hat er überhaupt Schiss, dass ein Scheißspiel hat? Sollte von uns so was, hat mich gefährlich gemacht? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt bei den Menschen so. Okay, ich gucke weg. Nee, da warst du nicht mehr. Okay, nein. Aber warum nicht? Boah, ich will das nicht überspielen. Ich weiß nicht, dass wir dann zumindest vier und dann ist das Spiel spielst du auf sofort. Nee, nicht so. Doch. Boah, schaust. Es kommt wieder diese Hunde. Okay, Leute, ihr könntet euch jeder Sekunde erschrecken. Was ist das, was ich? Bitte, 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 bitte. Danke.